Bluett von der Sau Ein Stücker Leber und auch Speck Ein fürierter Schweinekopf Mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt Brotzer, Zimt und Majoran Zucker, Melken und Piment Genmotierte Salmonellen Antibiotika-resistent Zartes Muskelfleisch zerkleinert Mit Ascorbinsäure verfeinert Hormone und Penicillin Lauter Gordi-Sahen sind da drin Bluett Wurst-Teil Zartes Muskel Untertitelung des ZDF, 2020